Hallo meine Lieben und Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Black Mirror 2. Ähm, ich werde kurz mein Tonloch richtig einschalten. So, müsste eigentlich jetzt so passen. Und zwar, es ist ja so, wir können uns ja hier die ganzen Seile angucken. Weil ich bin in der letzten Folge hier nicht mehr, noch nicht klar gekommen. Und es ist jetzt so, wenn ich hier drücke, passiert auch nichts. So, hier habe ich Seil, 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 Symbole, Seil. Hier sind die gleichen Symbole wie an der großen Tafel neben der Treppe. Ich bin ganz sicher, dass sie miteinander zusammenhängen. Okay, weil es sind die einzigen Symbole, die ich mir angucken kann. Überall anders ist nur das Seil abgebildet. Wenn ich mir jetzt merke, gelb, orange, gelb, rot, orange. Und das hier mache. Das wäre gelb, ist hier. Dann orange, gelb, gelb, nein, rot, rot. Und hier orange. Kommt direkt was raus? Nö. Muss ich mir die Symbole jetzt auch merken. Ich mache mir jetzt davon kurz ein Foto. Ihr kennt es ja nicht anders von mir schon. Nur, also ich sehe ja von hier sehe ich nur vier Symbole und hier sehe ich dann mehr. So, kurzen Moment. Ich hoffe, man kann es am Foto erkennen. Jetzt habt ihr auch mal mein tolles Handy gesehen. Ist in der Hülle drin. So, muss ich das mal an. Schauen wir mal, ob es das ist. Das wäre das gelbe, das orange, ne? Müsste das sein, oder? Ja. Dann kommt das, ne, das gelbe. Oder? Ne, das hier. Das gelbe. Dann kommt ein rotes. Ja gut, da kann ich... Dann müsste das sein. Und dann kommt gelb. Das hier. Passiert auch nichts. Wenn ich jetzt auf das rote hier gehe, auch nicht. Hm. Und wenn ich die Symbolleiste auf der anderen Seite nehme, das ist ein ganz anderes Farbschema, oder? Rot. Rot. Gelb. Orange. Das wäre auch wieder auf der Seite. Oder kann ich... bis rüber nehmen. Das wäre auch das orange. Orange. Und rot. Rot wäre es... Gibt es das da? Auch nichts. Irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Bevor ich jetzt irgendetwas mache. Ups. Hier gehe mein... Pop-Schutz... Ding. Ich kann hier... Was passiert eigentlich, wenn ich draufsteige? Okay. Jetzt sehr vorsichtig. Okay. Äh... Ein Messer hat sich beim Aufprall der Falle gelöst. Ich nehme es mit. Okay, wenn ich jetzt wahrscheinlich nochmal draufsteige, bin ich kaputt, aber ich könnte mit dem Messer Angelina abstechen. Aber... Dann würde der Louis mich umbringen. Wenn er jetzt Louis umbringen, würde mich Angelina umbringen. Also gehe ich lieber wieder nach oben und gucke mir die Symbole an. Was ist denn unten? Habe ich unten jetzt was übersehen? Das möchte ich jetzt auch nochmal sehen. Ich kann... Die Bodenplatten berühren. Bodenplatten, Bodenplatten. Eine massive Steintür. Ohne Türgriff oder ähnliches. Achso, das ist die Tür. Okay. Was ist da für ein Symbol drauf auf der Bodenplatte? Hör mal auf zu blinken. Das ist so ein komisches... D, P oder so. Irgendwie muss das gehen. Einfach mal einen Versuch. Rot. Gelb. Orange. Gelb, gelb. Gelb, gelb, gelb. Auch nichts. Müssen da die Symbole auch noch passen. Hier geht es nur so. Rot. Oder vielleicht das hier. Das funktioniert hier nix. Also müssen die Symbole auch noch passen. Alter. Das sind für mich einfach nur so komische... Dinger. Rot wäre aber das hier. Das wäre auf der Seite hier drüben. Ach, das setzt sich immer wieder zurück, wenn ich rausgehe. Dann mache ich nochmal ein Foto. So. Rot. Das gelbe ist das hier. Gelb. Beim Orangen. Orange. Gelb. 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 Hör. Okay. Auf der Trommel wird eine Falle angezeigt. Nicht die, die ich suche. Okay, das heißt, ich muss jetzt alle Symbole abfotografieren, so dass ich sie alle erkenne, dass ich alles durchprobiere. Das zweite, gelb-rot, gelb-gelb-orange, das ich es mal habe, das ist das Zeichen, das rote ist es, das stimmt auch, dann gelb, okay, das hat jetzt auch gestimmt. ich schätze dass an dem seil die mechanik für eine der seiten türen hängt okay wenn es ist wenn du hier die symbole siehst wir sind die gleichen symbole wie an der großen tafel neben der treppe ich bin ganz sicher dass sie miteinander zusammenhängen sind genau die ok also da geht es nur darum dass die halt da sind ich werde das jetzt noch mal abfotografieren so dass ich schön sehe also die hier und die hier das erste wäre orange gelb orange orange rot das habe ich jetzt mal mal gucken und 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 Orange Orange Rot Okay Und jetzt? Hat sich das Spiel aufgehangen Okay Ich denke ich weiß jetzt welches Seil ich durchschneiden muss Um die richtige Falle auszulösen Der Steinblock sollte dann die Platte belasten Hoffentlich irre ich mich nicht Äh Das hier Das war nämlich das Jetzt schnell Hoffentlich ist es das richtige Seil Was sollte das? Das war Nochmal so ein Schnitzer Und unsere Mutter liegt neben dem Steinblock Ist das klar? Ja schon gut Kommt nicht wieder vor Davon gehe ich aus Jetzt sind aber Damit sind vier Steinplatten deaktiviert Und auf einer steht Catherine Das ist meine Chance Ich muss Angelina überreden Dass sie und Louis sich auf die falschen Platten stellen Hoffentlich geht mein Plan auf Okay Angelina Was ist? Jetzt gibt es wirklich keinen anderen Weg mehr Wir müssen uns auf die verbleibenden Steinplatten stellen Wenn sich das Gitter öffnen soll In Ordnung Irgendwelche Tricks Und? Schon klar Ich glaube ich habe alle Fallen entschärft Mom du bleibst da stehen Louis steht da drüben Ich glaube wir sollten die Plätze lieber tauschen Du hast doch nichts dagegen Mach was du willst Ups Schlau gemacht Und so skrupellos Du bist die Nächste Das Gewicht liegt auf der Platte Worauf wartest du? Macht es dir nichts aus Dass Louis gestorben ist? Er hätte diese Ruinen sowieso nicht lebend verlassen Ja gut Die weiß natürlich welche Platte sicher ist Wegen den Türen Wir haben ja oft genug auf und zu gemacht Mach weiter Wie? Das muss das Tor zu Mordreds Gefängnis Dort ist mein Vater endgültig verrückt geworden Das muss das Tor zu Mordreds Gefängnis Okay Eine Art Halterung Aber was kommt dort rein Eine Art Halterung Aber was kommt dort rein Die Frau ist total crazy Und verrückt und dämlich Und verrückt und dämlich Okay das macht es von alleine gerade Oh den Schrein kennen wir schon Und du bist ein Türen gekommen Ja Meister Was? War das Mordred? Okay Der Orden Das muss der Orden sein Haltet ihn auf Er darf ihn nicht beschwören Ganz ruhig Leute Ich Verflucht Ich bin auf eurer Seite Ich Verdammte Idioten Sie wollen wohl auf Nummer sicher gehen Angelina ist nicht hier Und sie ist auch nicht an mir vorbeigekommen Entweder sie ist noch im Beschwörungsraum Oder sie ist einen anderen Weg gegangen Okay Da liegt der tote Luis Eine weitere Leiche Auf der blutigen Fahrt Von Angelinas Psychoklatsche Da liegt der tote Luis Ja Die Seitentüren haben sich geschlossen Als das Gitter aufgegangen ist Verzeihung Ich musste husten Ja Was bleibt mir ein anderes übrig Fuck Die Seitentüren haben sich geschlossen Als das große Tor aufging Da unten ist ein verdammt tiefer Abgrund Hinter mir der Orden Der mich lieber tötet Als nachzudenken Es geht nicht anders Ich muss mich Angelina stellen Könnte eine Falle sein Aber vielleicht ist es auch Meine einzige Chance Mom zu retten Ist sie hier? Nein Komm Ich bring dich hier raus Nein Verstehst du nicht Adrian Es geht nicht um mich Es geht auch nicht um dich allein Dein Vater hat viel Leid Über die Menschen gebracht Und ich möchte nicht Dass auch du dich schuldig machst Das habe ich nicht vor Ich Das ist nicht deine Entscheidung Hier geht es um Mächte Die sind größer als ein einzelner Mensch Ganz recht Es geht um unendliche Macht Um göttliche Macht Der hat gerade einfach das Portal geschlossen Meine Macht Die schon zu lange geschlafen hat Zum Altar Du kannst mich mal Ich wiederhole mich nicht gern Geh zum Altar und lies aus dem Buch vor Ich wiederhole mich auch nicht gerne Du Die nächste Kugel trifft deine Kniescheibe Dann kann aber die mehr laufen Ohne mich kommst du hier nicht weiter Du kannst mich nicht töten Du brauchst mich Sie brauche ich nicht Und worauf kannst du verzichten? Ein Auge? Eine Hand? Es gibt keinen Fluch Es ist eine Geisteskrankheit Ich mach nix Sie wird von Generation zu Generation vererbt Und führt zu Wahnvorstellungen Wahnvorstellungen? Und wie nennst du das hier? Lesen Zodokare Buzadire Im Korakso Zodare Matorebe Matorebi Vax Das Obra Wei Maleore Vax Das Obra Maleo Im Ibote Amena Vae Buzadire Amena Vax Zodokare Ja 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 Wir konnten ja lesen Wenn er nach oben guckt Und nun Angelina Das ist doch Irrsinn Selbst wenn es einen Fluch gäbe Dann betreff es nur die männlichen Gordons Nein Nein auch mich Ich Ich kann sie hören Die Stimme Sie flüstert zu mir immer schon Seit du weg warst Angelina Bitte Tut mir leid Bruder Herz Ich brauche dein Blut Und keine Konkurrenz Das ist also Bist Es ist Bist 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 okay ja meine lieben das war es mit black mirror 2 am schluss habe ich nichts mehr wirklich drücken können das war halt dann einfach so ich liebe dieses spiel also ich habe das erste mal den zweiten teil komplett alleine durchgezogen das letzte mal war eben vor zig jahren und da hat mein damaliger freund gespielt und ich habe halt dann nur ab und zu mal mitgeklickt oder mitgerätselt also zumindest den zweiten teil, den ersten kannte ich schon und den dritten also die kenne ich halt wie gut, das haben wir dann in der nächsten Folge erfahren wenn es weitergeht mit black mirror 3 ich hoffe ihr bleibt dran und ja lasst mir gerne like und ein kommentar würde mich sehr freuen wie gesagt ich feiere dieses projekt es ist ein herzensprojekt von mir darum mache ich das auch und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 Amen.